Ja, die Blockchain ist wahrlich revolutionär. Ja, Bitcoin ist eine Art Tulpenmanie. Ja, Kryptowährungen sind ein Nagel im Sarg der Bankster-Parasiten. Ja, digitale Währungen sind ein Werkzeug von totalitären Tyrannen. Nein, diese Aussagen widersprechen sich nicht. Keine Sorge, falls du das denkst. Du bist nur ein Opfer der Bitcoin-Psy-Op. Psy-Op steht für psychologische Operation. Dies ist der Corbett Report. Was ist also die Bitcoin-Psy-Op? Schau dir folgende Überschrift an. Früher Vorsitzender Federal Reserve spricht bei einer Blockchain-Konferenz. Falls du sofort denkst, aha, ich hab's doch gewusst, die Fed steckt doch hinter diesem Bitcoin-Schwachsinn. Dann solltest du innehalten und über folgende Überschrift von vor zwei Jahren nachdenken. Ben Bernanke, Bitcoin hat ernsthafte Probleme. Denkst du, dass es hier einen Widerspruch gibt? Oder denkst du, dass Bernanke nur seine Meinung über das Thema geändert hat? Oder vermutest du, dass Bernanke schon immer heimlich hinter Bitcoins stand, es nur nicht zugeben könnte? Falls ja, bist du auf einen peinlich einfachen Trick hereingefallen. Der Trick ist, Wörter wie Bitcoin und Blockchain und Kryptowährung und digitale Währung zu benutzen, als wären sie austauschbar auf ein und dasselbe. Das sind sie nicht. Verwirrt? Hab keine Angst. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, hat einen handlich-praktischen Artikel geschrieben, der dir alles in simpler Alltagssprache erklärt. Sie haben den Artikel sogar mit leicht verständlichen Infografiken illustriert. Kleiner Scherz am Rande. Ihr sperriger Artikel über Kryptowährungen von Zentralbanken ist eine Ansammlung von Wirtschaftssprech- und Mengendiagrammen, die das Ganze komplizierter aussehen lassen, als es sich anhört. Um fair zu bleiben, ihr vorgeschlagenes Klassifikationsschema für Geld ist wirklich überzeugend und die resultierenden Diagramme sind tatsächlich aufschlussreich. Aber es ist keine einfache Kost. Lasst uns versuchen, das Ganze etwas einfacher zu machen. Eine Blockchain ist ein kryptografisch gesichertes Bestandsbuch, welches erlaubnisfrei und dezentral sein kann. Die Geeks unter den Zuschauern werden zu schätzen wissen, dass eine Blockchain eine erstaunlich elegante Lösung für einige unglaublich komplizierte Probleme wie verteiltes Rechnen und Zahlungsprozesse bietet. Für die anderen reicht vielleicht Folgendes. Einige der ältesten Dokumente, die gefunden wurden, sind verschiedenartige Bestandsbücher. Medizinische Aufzeichnungen, juristische und wirtschaftliche Verträge, Bestandszählungen. Seit es die Zivilisation gibt, gibt es ein Bedürfnis nach sicherer und akkurater Aufzeichnung von Transaktionen und Ereignissen. Und seit der Geburt der Zivilisation gibt es nur einen Weg, diese Bestandsbücher zu führen. Ein System, in dem ein anerkannter zentraler Administrator das Bestandsbuch aufbewahrt, schützt und aktualisiert. Bis heute. Mit dem Aufkommen der Blockchain kann ein akkurates Bestandsbuch geführt werden, ohne dass die Informationen an einem zentralen Ort gelagert, gesichert und aktualisiert werden müssen. Registrierbeamte, Notare, da könntest du auch über Hufschmiede und Schornsteinfeger sprechen. Wie funktioniert das und was tut es? Michael Maloney, der Filmemacher hinter der populären Dokumentationsserie Hidden Secrets of Money, beschreibt es folgendermaßen. Das System, auf dem Bitcoin basiert, wird Blockchain genannt. Stelle sie dir vor wie eine moderne Version eines Buchführungskontos. Aber anstatt einer handgeschriebenen Liste von Einträgen und Berechnungen ist die Blockchain digital. Ein Block ist einfach ein Bündel von Transaktionen. Stelle dir einen Block als eine ganze Seite, beschrieben mit Transaktionen vor, wie in einem alten Bestandsbuch. Die Blockchain ist einfach eine Kette dieser Blöcke. Es ist das gleiche wie die Aneinanderreihung von Seiten in einem alten Bestandsbuch. Einfach, oder? Und so funktioniert es. Die Bitcoin-Blockchain existiert auf jedem einzelnen der Millionen Computer im Netzwerk als exakte Kopien voneinander. Wie auch immer, für unser Beispiel zoomen wir hinein, um aufzuzeigen, wie eine Blockchain funktioniert. Ich zeige es auch als eine große Blockchain in der Mitte eines kleinen Computernetzwerks. Lasst uns eine Pizza-Bestellung via Blockchain nachverfolgen. Wenn die Transaktion stattfindet, taucht es im Netzwerk zuerst in einem Pool an unbestätigten Transaktionen mit tausenden anderen aus der ganzen Welt auf. Millionen verschiedener Computer des Netzwerks sammeln einige dieser Transaktionen und platzieren diese in ihren eigenen Blöcken. Die Computer schaffen ständig neue Blöcke in der Hoffnung, dass sie als nächstes der offiziellen Kette hinzugefügt werden. Ein neuer Block wird dann zum Beispiel alle 10 Minuten hinzugefügt. Sobald einer der Computer die Rechte gewinnt, seinen Block in die Kette hinzufügen zu dürfen, wird er belohnt mit neu geschaffenen Bitcoins. Der Computer gewinnt den Preis durch das Erraten von extrem komplizierten mathematischen Problemen. Tatsächlich ist das Problem so schwerwiegend, dass es mit Millionen Computern, die Millionen oder gar Milliarden Schätzungen pro Sekunde geben, trotzdem es etwa 10 Minuten dauert, die Antwort zu finden. Sobald einer der Computer die richtige Antwort gibt und gewinnt, werden die restlichen Computer im Netzwerk angewiesen, ihre Arbeit zu löschen, ihr Bestandsbuch mit dem Ergebnis zu aktualisieren und mit einem neuen mathematischen Problem zu beginnen. Indem sie dies tun, verbrauchen die Computer eine immense Menge an Energie und kosten buchstäblich ein Vermögen. Also warum tun sie das? Weil es sehr profitabel sein kann. Daher kommt auch der Begriff Bitcoin-Mining. Anstatt Gold abzubauen, indem man in Minen nach wertvollen Metallen in der Wildnis sucht, hoffen diese Computer Bitcoins abzubauen, indem sie wertvolle Nummern der Blockchain, in Anführungszeichen, abbauen. Aber über die Blockchain zu reden, ist wie über die Druckerpresse zu reden. Ja, es ist revolutionär. Ja, es wird den Kurs der Geschichte verändern. Aber was druckt es eigentlich? Nun, natürlich alles, was du willst. Eine päpstliche Bulle oder die 95 Thesen. Den 9-11-Commission-Report oder The Road to 9-11. Ein GMO-Kochbuch oder das Anarchist-Cookbook. Gefärbtes Toilettenpapier oder Fiat-Währung. Aber ich fange an, mich zu wiederholen. Was zeichnet also die Blockchain auf? Natürlich alles, was du willst. Es kann als Werkzeug zum Erstellen intelligenter Verträge genutzt werden. Oder um Landbesitz zu registrieren. Oder um dezentrale Kryptowährungen zu erzeugen. An dieser Stelle kommt Bitcoin ins Spiel. Was ist Bitcoin? Bitcoin ist eine Peer-to-Peer-Kryptowährung, deren Transaktionen in einen öffentlichen Blockchain-Bestandsbuch aufgezeichnet werden. Es gibt drei Dinge, die bei dieser Beschreibung festgehalten werden müssen. Erstens, Bitcoin ist nur eine Anwendung für die Blockchain-Bestandsbuch-Technologie. Sie sind nicht das Gleiche. Bitcoin ist nicht Blockchain. Blockchain ist nicht Bitcoin. Bitcoin benutzt die Blockchain-Innovation für ein elektronisches Bezahlsystem. Es ist wichtig, diesen Punkt zu betonen. Diese Begriffe durcheinander zu bringen, ist eine gezielte Technik, die viele Hochstapler des 21. Jahrhunderts nutzen, um die Öffentlichkeit abzuziehen, die die Bitcoin-Blase sehen und glauben, dies sei eine großartige Investmentgelegenheit. Diese Verwirrung durch Verschleierungstaktiken war lächerlich effektiv in einigen Fällen. In einem berüchtigen Beispiel hat sich die Long Island Iced Tea Corporation umbenannt in The Long Blockchain Corporation. Sie machten immer noch Iced Tea. Sie haben einfach Blockchain an ihren Namen angehängt. Und der Markt hat reagiert. Die Akte der Firma verdreifachte sich über Nacht. Dies ist das gleiche Phänomen, das wir schon während der Dotcom-Blase sahen, als die Aktien jener Firmen stiegen, die an ihren Firmennamen Dotcom anhingen. Und es ist ein sicheres Zeichen dafür, wenn die Leute verwehrt sind durch Fachsprache, die sie nicht im Mindesten verstehen. Andreas Antonopoulos gibt einen guten Rat, um Blockchain von dem ganzen Müll zu trennen. Lass uns loslegen. Was genau ist hier los? Ist das die großartigste technologische Innovation seit dem mobilen Internet oder sogar des Internets selbst? Oder ist das der größte Hype um Technologie in der technologischen Geschichte? Beides. Dies ist im Grunde eine Charakteristik von hochentwickelten Technologien. Ich sage immer, Bitcoin und andere offene Blockchains sind etwa heute dort, wo das Internet 1992 war. Im Bereich der Technologie, der infrastrukturellen Entwicklung und der Anpassung. Diese Technologie ist etwa in der Situation, in der das Internet 1992 war. Der Hype um die Blockchain ist jedoch in der Situation, in der das Internet 1998 war. Man erahnt schon, was als nächstes kommt. Es wird sich gesund schrumpfen. Wenn sich das Wasser zurückzieht, wird man sehen, wer keinen Badeanzug getragen hat. Die stehen dann nackt da. Das ist ein leeres Versprechen. Das wird passieren im Bereich der Blockchain-Technologie. Es gibt eine Menge Müll, der den Beteiligungsgesellschaften, Investoren, Crowdfundern, ungebildeten Investoren angedreht wird. Es gibt eine Menge Schneeballsysteme. Es gibt eine Menge Pyramidensysteme. Es gibt eine Menge Lehrerversprechen. Außerdem gibt es eine Menge Business wie üblich, getarnt als Innovation. Getarnt als revolutionäre Technologie. Daraus entstand der fanatische Spruch, dass Blockchain die Technologie hinter Bitcoin ist. Was nicht korrekt ist. Blockchain ist eines der vier grundlegenden Technologien hinter Bitcoin. Sie kann nicht alleine stehen. Das hat die Leute nicht davon abgehalten, zu versuchen, es zu verkaufen. Blockchain ist Bitcoin mit einem Haarschnitt und einem Anzug, den du vor einen Vorstand zur Schau stellst. Es ist die Fähigkeit, eine saubere, komfortable Version von Bitcoin zu liefern. An Menschen, die Angst vor tatsächlich revolutionärer Technologie haben. Und so kommt man in diese verdrehte Welt, in welcher Wörter nichts mehr bedeutet. Kann mir jemand Blockchain definieren? Einige in diesem Raum können wahrscheinlich Blockchain definieren. Aber eine echte Herausforderung wäre es, Blockchain so zu definieren, dass man Blockchain nicht durch Datenbank ersetzen könnte und es trotzdem passt. Das ist eine Herausforderung. Denn wenn es nur eine Datenbank mit Signaturen ist, dann ist es nicht interessant. Dann ist es langweilig. Was ist die Essenz von Bitcoin? Es ist nicht die Blockchain. Die Essenz von Bitcoin ist die Fähigkeit, dezentralisiert zu funktionieren, ohne irgendjemandem vertrauen zu müssen. Die Essenz von Bitcoin ist es, Software zu nutzen, mit der du jeden Vorgang zuverlässig und unabhängig verifizieren kannst, ohne eine Autorität bitten zu müssen. Du glaubst den anderen Netzwerkknoten nicht. Du nimmst an, dass sie lügen. Du glaubst den Minern nicht. Du glaubst den Leuten nicht, die die Transaktionen geschaffen haben. Du glaubst nichts anderes, außer den Ergebnissen deiner eigenen Verifikation und Validierung. Dadurch glaubst du an etwas Wichtiges, nämlich den Netzwerkeffekt. Bitcoin führte das Konzept von dezentraler Sicherheit durch Rechnen ein. Und das ist noch nicht angekommen. Bitcoin erlaubt es dir, ein Sicherheitsmodell, bestehend aus konzentrischen Kreisen von Zugang und Kontrolle mit einer Institution in der Mitte, durch ein Sicherheitsmodell ersetzen, das von innen heraus offen und für jedermann zugänglich ist. Ein Sicherheitsmodell, das auf Marktkräften und Spieltheorie basiert. Es ist das erste marktbasierte Sicherheitsmodell, in welchem eine Reihe von Anreizen und Bestrafungen sicherstellen, dass das letztendliche Resultat ist, dass du der Plattform als neutralem Schiedsrichter vertrauen kannst, die durch niemanden kontrolliert wird. Ohne dritte Partei, ohne Zwischenhändler. Bitcoin revolutioniert Vertrauen. Als zweites müssen wir für unsere Definition von Bitcoin festhalten, dass es eine Kryptowährung ist. Das heißt, es nutzt kryptografische Funktionen, um Transaktionen im Netzwerk sicherzustellen und zu verifizieren. Und um die Ausgabe von neuen Einheiten zu kontrollieren. Bitcoin entspricht einem bestimmten Protokoll und dieses Protokoll definiert die Regeln, nachdem das Bitcoin-Netzwerk operiert. Du kannst diese Regeln anpassen, um ähnliche, aber getrennte Bezahlsysteme mit eigenen Qualitäten zu schaffen. Diese Bitcoin-ähnlichen Kryptowährungen heißen Altcoins. 3. Bitcoin benutzt ein bestimmtes Blockchain-Bestandsbuch, nämlich die öffentliche bzw. erlaubnisfreie Blockchain. Das bedeutet, dass jeder dem Netzwerk beitreten kann und zur Aufrechterhaltung des Bestandsbuches beitragen kann. Jeder kann mit meinen. Es gibt eine andere Art von Blockchain, die private Blockchain. Diese verlangt vom Netzwerk-Knoten eine Einladung, um dem Netzwerk beizutreten. Oder es verlangt eine Erlaubnis, um zum Bestandsbuch beitragen zu dürfen. Weiterhin muss festgehalten werden, dass alle Kryptowährungen digitale Währungen sind. Aber nicht alle digitalen Währungen sind Kryptowährungen. Und dann gibt es noch virtuelle Währungen, welche technisch gesehen nochmal etwas ganz anderes sind. Okay, langsam wird's verwirrend. An dieser Stelle müssen wir nochmal Mengendiagramme herausholen und die überlappenden Teile ausmalen, oder? Wenn du bisher folgen konntest, gut für dich. Falls nicht, mach dir nicht ins Hemd. Wichtig für heute ist, festzustellen, dass es eine Menge unterschiedlicher, aber zusammenhängender Konzepte gibt. Über diese zu sprechen, als wären sie eine einzige Sache, ist nicht nur nutzlos, sondern gar irreführend. Schauen wir uns nochmal Bernankees Überschrift an. Früherer Vorsitzender der Federal Reserve spricht auf Blockchain-Konferenz. Und Ben Bernanke. Bitcoin hat ernsthafte Probleme. Bekommst du langsam den Eindruck, warum sich diese Überschriften nicht widersprechen? Wie es sein kann, dass ein Zentralbanker an der Blockchain-Technologie interessiert ist, aber die Anwendung dieser Technologie in Bitcoin ablehnt? Falls nicht, stell es dir so vor. Der gleiche DVD-Player, der Zeitalter der Versklavung abspielen kann, kann auch die Federal Reserve und du abspielen. Die gleiche Druckerpresse, die The Crossfire, The Plot That Killed Kennedy, druckt, kann auch benutzt werden, um den Warren Commission Report zu drucken. Der gleiche Webbrowser, der dich auf Corbett Report bringen kann, kann dich auch auf NewYorkTimes.com bringen, was ich natürlich nicht empfehle. Also ja, die Blockchain kann benutzt werden, um digitale Währungen zu kreieren, die den wildesten Träumen von totalitären Tyrannen entspricht. Zentralbanken können private Blockchains benutzen, um nationale digitale Währungen zu administrieren, welche jede Transaktion in der Wirtschaft aufzeichnen und verfolgen können. Diese Währung kann von der Regierung über digitale Brieftaschen verteilt werden, welche wie eine individuelle ID agieren und der Regierung erlauben, jede Zahlung nachzuverfolgen. Es kann benutzt werden, um ein perfektes Panoptikum zu schaffen. Und die totalitären Tyrannen können, als einzige Eigentümer der privaten Blockchain, jeden aus der Wirtschaft ausschließen, den sie als Bedrohung sehen. Und ja, die Blockchain kann benutzt werden, um eine digitale Währung zu schaffen, die den Albtraum jedes Banksters repräsentiert. Freie Individuen können eine öffentliche Blockchain nutzen, um Kryptowährungen zu schaffen, die von keiner zentralen Autorität ausgegeben werden und niemandem unterworfen sind. Oder sie können es benutzen, um für agoristische Unternehmungen mit nicht besteuerbaren Kryptofunds zu schaffen. Oder es kann benutzt werden, um Werte und Eigentum sofort über die imaginäre Grenze der Möchtigern-Tyrannen zu verschieben, natürlich ohne deren Einverständnis. Erkennst du langsam das gesamte Bild? Eine Waffe kann von einem brutalen Lakaien des Polizeistaats benutzt werden, um dich und deine Familie zu ermorden. Oder sie kann benutzt werden, um dich und deine Familie zu beschützen. Es ist ein Werkzeug, wie die Blockchain, und kann für Gutes und Schlechtes benutzt werden. Ich will euch ausstatten mit einem Set an Kriterien, mit denen ihr feststellen könnt, ob das, was euch als Investment vorgestellt wird, es auch wert ist. Und es nennt sich selbst Blockchain oder Ledger oder so etwas. Wie könnt ihr das feststellen? Blockchain oder Bullshit? Beides beginnt mit einem B. Was ist der Unterschied? Wenn du das Wort Blockchain mit Datenbank ersetzen kannst und die Broschüre liest sich genau, dann ist es Alltagsgeschäft. Dann ist es nicht dezentralisiert. Dann ist es nicht grenzenlos, nicht neutral, resistent gegen Zensur oder offen. Es stellt den Glauben an Vermittler wieder her. Das ist nur eine Datenbank. Und das ist nicht revolutionär. Die Idee dahinter ist, diese Technologie zu nehmen, um die bestehenden Vorgänge der zentralisierten Institutionen zu verbessern, damit diese ihr Alltagsgeschäft fortführen können. Ich würde sagen, es ist widerlich. Aber das ist ein hartes Wort. Es ist einfach langweilig. Wirklich extrem langweilig. Niemand hat damit angefangen, um ein paar Milliarden für eine Bankabrechnungsstelle zu machen. Und falls du das getan hast, dann tut es mir leid für dich. Es ist langweilig. Was wirklich aufregend ist, ist fundamental, die Art und Weise zu verändern, mit der wir Vertrauen auf diesem Planeten verteilen. Die Möglichkeit zu eröffnen, auf einem globalen Level mit jedem zu kollaborieren, zu handeln, sich zu engagieren. Einfach indem du eine App downloadest, wirst du Teil dieser gigantischen Plattform für Vertrauen, der es egal ist, wer du bist oder woher du kommst. Die keine Erlaubnis braucht, um daran teilzunehmen oder sie zu verbessern. Wo ein zwölfjähriger JavaScript-Programmierer den gleichen Einfluss hat wie J.P. Morgan Chase. Sogar noch mehr. Weil sie Open Source sind und eine Gemeinschaft füttern, die einen Tsunami an Innovationen erschaffen. Diese Technologie zu nutzen, um die alten zentralisierten Institutionen zu stärken, damit die ihren Nettogewinn erhöhen können, ist langweilig. Das ist nicht, was Blockchain ist. Das ist nur eine Datenbank. Und das verändert auch nichts. Tatsächlich gibt es einige verstörende Möglichkeiten für dieses Modell. Lass uns kurz mal darüber nachdenken. Die am häufigsten Anwendung für diese neue Technologie ist es, die Funktion einer zentralen Abrechnungsstelle durch ein Konsortium von Teilnehmern und einer bestimmten Anzahl an Freigaben zu ersetzen, welche Transaktionen tätigen und unterschreiben, anstatt wie bei Bitcoin über Gesetzmäßigkeiten des Marktes zu konkurrieren. Wir streichen einfach Währungen als Basis von Sicherheit auf dem Markt. Wir streichen einfach Ausführungsnachweise als Verschwendung, weil es dir nur erlaubt, dezentralisiert eine neue, zensurresistente Blockchain zu sichern. Und wir trauen den Beteiligten an Transaktionen zu unterschreiben. Dann brauchen sie die Transaktionen auch nicht in Blocks anordnen. Sie brauchen einfach nur die individuellen Transaktionen zu unterschreiben. Sie brauchen die gar nicht aneinanderhängen, weil ohne einen Ausführungsnachweis ein System von Anreizen durch Währung zu schreiben einfach ist. Es gibt keine Unveränderlichkeit. Es ist keine Blockchain mehr, weil es keine Blöcke und keine Kette gibt. Das ist die technische Dimension. Aber lasst uns die wichtigere Dimension anschauen. Was erreichst du, wenn du eine Abrechnungsstelle durch ein Konsortium von Akteuren ersetzt? Die Abrechnungsstelle tut etwas Einzigartiges. Die wichtigste Funktion einer Abrechnungsstelle ist, dass sie kein Teilnehmer am Markt ist. Sie ist nicht im Spiel involviert. Die New Yorker Börse ist kein aktiver Händler. Und das ist kein Zufall. Das nennt sich Trennung von Belangen. Die Abrechnungsstelle ist eine unabhängige, beaufsichtigende Partei, die kein Marktteilnehmer ist. Wenn du diesen Teil durch fünf Banken ersetzt, die alle im Spiel involviert sind, wie willst du einen Konsensusalgorithmus zum Laufen bekommen? Wenn die Anreize zu betrügen und zur Manipulation des Marktes so hoch sind. Es gibt keine Anreize, die Konsensregeln einzuhalten. Alles, was du tust, ist zu sagen, glaube uns, wir sind ein Konsortium. Euch glauben? Diesen fünf Banken? Wo war dir 2008? Wo war dir, als der Libor gefixt wurde? Wo war dir, als der Goldmarkt gefixt wurde? Wo warst du, als Frontrunning und Hochfrequenzhandel diese Monster der Vetternwirtschaft erschaffen haben? Euch glauben? Nein, verdammt! Die Abrechnungsstelle durch ein Wie war das Wort? Nicht Konsortium? Kartell! Das ist das richtige Wort. Durch ein Kartell zu ersetzen, deren Marktmacher jeden Markt in der Geschichte manipuliert und kompromittiert haben, und das auf eine Art, die jede Transparenz ausschließt, ist kein Rezept für Effizient, Unveränderlichkeit, Sicherheit oder Transparenz. Das ist keine Blockchain, das ist Bullshit. Es ist sehr profitabler Bullshit. Es verlangt von dir, Vertrauen in das Spiel zu haben. Ein betrügerisches Spiel, wie wir wissen. Sei vorsichtig mit dem, was du auswertest. Wenn du dir die Technologie anschaust, deren fundamentaler Zweck es ist, zuverlässige Zwischenhändler durch ein grenzenloses, neutrales System zu ersetzen, und dieses in ein Werkzeug für einen Haufen unzuverlässiger Teilnehmer umzufunktionieren, die den Markt manipulieren wollen, das wird in einem Desaster enden. Und sie werden es tun. Lass uns nochmal die Aussagen anschauen, die diesen Podcast eröffneten. Ist die Blockchain revolutionär? Nun, da bisher noch kein dezentrales Peer-to-Peer-Bestandsbuch existierte, ist es das. Es ist etwas Neues unter der Sonne. Ist Bitcoin eine Tulpenmanie? Ja, in genau dem gleichen Sinne, wie die Dotcom-Blase in den 90ern eine Tulpenmanie war. Genauso wie Pets.com und andere Unternehmungen, die Millionen verdient und wieder verloren haben, das Ergebnis eines spekulativen Rausches waren. Genauso sind die Höhen und Tiefen von Bitcoin-Preisen das Resultat von Spekulationen. Aber das Platzen der Dotcom-Blase war so wenig, dass Ende des Internets, wie das zukünftige Platzen der Bitcoin-Spekulationsblase das Ende von Kryptowährungen sein wird. Oder des Bitcoins selbst. Sind Kryptowährungen der Sargnagel für die Bankster? Ja. Kryptowährungen können und werden schon jetzt benutzt von Millionen Menschen auf der Welt, um unverzüglich und nahezu frei für internationale Überweisungen genutzt. Alles ohne Banknoten. Startups haben Milliarden durch unreguliertes Crowdfunding eingenommen, ohne eine Beteiligungsgesellschaft oder Investmentbanken. Viele Bankster und ihre assoziierten Kumpanen in der parasitären Klasse der Mittelsmänner haben sich schon offen den Fakt in Erwägung gezogen, dass sie schon jetzt wegen der Blockchain-Technologie obsolet geworden sind. Ist die Blockchain die silberne Kugel, die das Bankensystem beenden wird? Sei nicht albern. Aber es ist ein weiterer Pfeil im Köcher. Ist digitale Währung ein Werkzeug für totalitäre Tyrannen? Nun, wir sahen schon, wie das BIZ über Kryptowährungen für Zentralbanken nachgrübelt. Und wir haben schon in Betracht gezogen, wie sich dieses Albtraum-Szenario von Kontrolle und Überwachung entfalten könnte. Es braucht keinen Nostradamus, um sich vorzustellen, wie die Mächte der Zentralisation hart kämpfen werden, um den Kryptowährungsgeist wieder sicher in die Flasche des Fiat-Geldes zu bekommen. Widersprechen sich diese Aussagen? Nope. Aber die Bitcoin-Psy-Up bringt dich vielleicht dazu, dies zu denken. Und jetzt weißt du es besser. Hier ist ein Test für dein neu erworbenes, nuanciertes Verständnis über die Feinheiten von digitalen Währungen. Kannst du erklären, wie diese Überschrift? Chinas Zentralbank hat begonnen, vorsichtig digitale Währungen zu testen. Und folgende Überschrift. China schließt alle Bitcoin- und Kryptowährungsbörsen. Perfekt zusammenpassen? Falls ja, gebe ich dir einen Klaps auf die Schulter. Du hast die Bitcoin-Verschwörung durchschaut. Schaut mal bei corbettreport.com vorbei und stützt James' Arbeit. Übersetzt von Libertarian Jabulon. Gesprochen von Flo. 2019 Bichudur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.